. 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 $ . . Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! 1. 2. 7. 15. 20. 20. 15. 15. 1,2,3,4,5 2,5,5,5,5,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0 1,5,5,0 Sollte Ja! Schau! 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 Vielen Dank. ...2002 fortgesetzt, ein Jahr später, 2003, der dritte Schleich im Jahr 2006 und dann ließ er uns drei Jahre warten. Diesmal hat es geklappt. Platz 1 für Timo Boll! Der stellvertretende Präsident der Europäischen Tischtennis Union, Ibarth Schöner, überreicht Timo Boll die Blumen, den Sieger schenkt über 9000 Euro und nur der Sieger bekommt hier auf den großen Pokal, den Pokal des Siegers, des Euro Top 12! Untertitelung des ZDF für funk, 2017